Ja, ja. Ja, Bartow! Fahr-Unfall, macht doch auf! Hey! Hey! Da fahr ich hier schon fast zwei Jahre quer durch Afrika. Dauernd muss das Auto repariert werden. Und jetzt kommt ihr daher und blockiert mir den Weg mit eurem seltsamen Fahrzeug aus dem Weg! Der Atlantik ruft! Das war Paul Kretz, der erste Deutsche, der im Jahr 1907 bis 1909 vom Ost nach Westafrika gefahren ist. 9.500 Kilometer mit so einem Geländewagen und der ist mit 35 PS. So, jetzt rum geht's ein bisschen. Das könnt ihr mit einem Privatwagen nachher einmal nachmachen. Das ist mein Bruder. Der sieht fast genauso aus mir. Hat ein bisschen mehr Haarguchs und ist intelligenter. So, der Elefant ist doch in der Winterpause. Der hat nicht mehr so viel Druck. Das, äh, ja. Da. 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 Ja, das war schon wieder.